Hier präsentieren wir die 5 beste Poverbank Test. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Das Kraftpaket unter den Akkus ist das Modell K2500000 von Maxoak. Da wie der Name schon vermuten lässt die Poverbank 5000000 mal Kapazität und neben 4 USB Steckplätzen auch noch einen 12 Volt sowie 20 Volt Anschluss bietet, können sie nahezu alle elektronischen Geräte problemlos und vor allem vollständig laden. Ein iPhone 6 Plus kann mit dem Akku bis 11 mal vollgeladen werden. Und ein iPhone 6 sogar ca. 17 mal. Der 20 Volt Ausgang bietet 3 Ampere, der 12 Volt Ausgang 2,5 Ampere und die USB Stecker sind jeweils barweise mit 2,1 Ampere bzw. 1 Ampere ausgestattet. Nummer 4. Das Modell RPP B13 von RAVPO war überzeugt durch eine solide Verarbeitung und eine mit 4,5 Ampere sehr hohe Ausgangsleistung. So können sie problemlos auch zwei größere Geräte wie Tablets gleichzeitig laden. Es lädt mit einer Leistung von maximal 2 Ampere und überzeugte die Tester zudem durch sein elegantes Desichen. Die 4 LED-Lichter an der Oberseite informieren über den Ladestand und neben den 2 USB Steckplätzen ist auch eine LED-Taschenlampe für den Notfall verbaut. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Das Modell von Ag-Technology hat eine Kapazität von 22.400 mal und bietet 3 USB-Ausgänge. Das Desichen ist modern und schick gehalten, sodass der Akku nicht nur hinsichtlich der Leistung überzeugt, sondern auch optisch etwas hermacht. Das gesamte Gerät misst 15,75 x 7,87 x 2 cm bei einem Gewicht von 450 Gramm. Damit liegt es im soliden Mittelfeld, was auch die Preislage widerspiegelt. Es bietet eine Eingangsladung von 4 Volt bei 2 Ampere, was die Ladezeit im Vergleich zu einfachen 5V-1A Modellen halbiert. Nr. 2. Die günstige Powerbank von Curial bietet eine Kapazität von 20.000 mal und verfügt über 3 USB-Boards zum Laden ihrer elektronischen Geräte. Insbesondere für lange Autofahrten mit Kindern auf der Rückbank kann es sehr hilfreich sein, mehrere USB-Büchsen zum Laden verschiedener Akkus zur Verfügung zu haben. Mit einer Größe von 15,8 x 8 x 1,2 cm bei einem Gewicht von 404 Gramm ist es zwar nicht das kompakteste oder leichteste Modell, das muss es aber auch nicht sein. Denn der Fokus liegt hier eindeutig auf einer guten Leistung und soliden Verarbeitung zum sehr günstigen Preis, und genau das bietet Curial mit dem BBK 820000BK. Und die Nummer 1 unserer Liste. Als beste Powerbank setzte sich das Modell von Anker durch, das in drei verschiedenen Kapazitäten und zwei Farbvarianten schwarz und weiß erhältlich ist. Bei den Testern konnte insbesondere das Modell mit einer Kapazität von 20.100 mal überzeugen, denn dank des 5 Volt bzw. 2 Ampere-Inputs lädt die mobile Powerbank schnell auf. Zusätzlich ermöglicht die Poverik-Schnellladetechnologie eine sehr schnelle Ladegeschwindigkeit von bis zu 2,4 A je Port bzw. 4,8 A insgesamt. Das Modell ist mit einer Größe von 16,6 x 5,8 x 2,2 cm bei einem Gewicht von 354 Gramm angenehm kompakt gebaut, sodass es problemlos in der Jacken- oder Handtasche Platz findet und dadurch immer griffbereit ist. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.